In Vichasur-Olon hat das Schweizer Team bestehend aus Remy Bonet und Werner Mati das Teamrennen der 10. Weltmeisterschaft der Skibergsteiger gewonnen. Schon nach wenigen hundert Metern übernahmen sie die Führung. Mit nur knapp einer Sekunde Abstand erreichten danach zwei italienische Teams die Ziellinie und belegten Platz 2 und 3. Bei den Frauen siegten die Französinnen Lorna Bonel und Axel Gachet-Moyaret. Auf Platz 2 landeten die Italienerinnen Alba de Silvestro und Julia Murada. Brosse holte ein Schweizer Team. Die Teilnehmer hatten mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen, starke Schneefälle und Wind erschwerten den Wettbewerb.